Liebe Futsi-Fans, liebe Futsi-Fans, liebe Futsi-Fans, liebe Futsi-Fans und Faninnen, liebe Futsi-Fans, liebe Futsi-Fans, liebe Futsi-Fans und Faninnen. Fiktionale Dokumentationen, drei Folgen dieser erbärmlichen Doku, Geschichten aus meiner ruhmreichen Vergangenheit als Medien-Futsi zu erzählen. Warum lacht ihr denn jetzt hier alle so? Klingt ja fast so, als würden deutsche Medien Propaganda machen, zum Beispiel zwischen Russland und Amerika. Ich denke, das liegt daran, ich habe dich was gefragt. Mein Güte, was weiß ich, wahrscheinlich irgendein Algorithmusfehler. Voldemort Volodomir? Bist du dir sicher, dass der so heißt? Sag einfach der Kanzler der Ukraine, die Leute wissen dann schon. Ich werde hier alle Geheimnisse verraten. Liebe Futsis, wir haben auf YouTube jetzt über 8000 Follower. Das bedeutet 7999 und du haben das möglich gemacht. Ich finde das und somit sage ich nur ein einziges Wort. Liebe Futsis, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.